Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein vegetarisches Rezept für euch und zwar für Brokkoli-Pasta. Wir benötigen dafür 500 Gramm Brokkoli, also es wäre ein ganzer im Normalfall, 500 Gramm Pasta, ich habe hier Korkzee, ihr könnt aber auch die andere Pasta-Sorte verwenden, eine große rote Zwiebel, zwei große Knoblauchzehen, Salz und Pfeffer, sowie 400 Milliliter Gemüsebrühe, 600 Milliliter Soja-Drink, die ungesüßte Variante, etwas Olivenöl, 150 Gramm geriebener Parmesan und zu guter Letzt noch getrockneten, geriebelten Basilikum und zwar zwei Esslöffel. Ja und dann würde ich sagen, legen wir los. Zuallererst habe ich meine große rote Zwiebel klein gewürfelt, meine zwei Knoblauchzehen habe ich geschält, die werde ich nämlich mit der Knoblauchpresse pressen, ihr könnt die aber auch ganz klein fein hacken und den Brokkoli habe ich auch genau in kleine Röstchen geteilt. Wenn der Brokkoli schon gelblich ist, macht das gar nichts, also der ist immer noch essbar. Genau und meine 400 Milliliter Gemüsebrühe habe ich auch schon aufgekocht und beiseite gestellt. In einen großen Topf habe ich jetzt etwas Olivenöl hineingegeben, da werde ich meine Zwiebelwürfel jetzt drinnen andünsten und die Knoblauchzehen. Genau, ich presse ich rein und dünse das mit den Zwiebelwürfeln an. Meine Zwiebelwürfel und Knoblauch habe ich hier jetzt angedünstet. Das Ganze gieße ich jetzt mit den 400 Milliliter Gemüsebrühe auf. Dazu gebe ich meine 500 Gramm Pasta. Außerdem die ganzen Brokkoli. So wie meine 600 Milliliter Soja-Drink. Das Ganze einmal gut vermengen. Dann würzen wir das Ganze erst mal nur ein wenig mit Salz und Pfeffer. Das schmecken wir nämlich am Ende noch ab. Wie gesagt, erst mal nur wenig. Und zwei Esslöffel getrockneter Basilikum. Ich mache so zwei leicht gehäufte Esslöffel. Ja, und das Ganze muss ich jetzt bei halber, auf halber Stufe, niedrige Temperatur, circa 15 Minuten köcheln. Ihr macht dann einfach am Ende die Probe, beziehungsweise seht ihr das ja, wenn die Flüssigkeit sich aufgesogen hat. Dann sollte auch die Pasta fertig sein, genau. Ihr müsst das halt jetzt gut wenden, weil, wie ihr seht, ist die Pasta und der Brokkoli nicht komplett bedeckt mit der Gemüsebrühe und dem Soja-Drink. Deswegen rührt ihr das jetzt immer alle paar Minuten um in den 15 Minuten, bis alles schön gar ist. Ihr Lieben, meine Brokkoli-Pasta ist nun fertig. So sieht das Ergebnis aus. Wie gesagt, ich habe das so circa 15 Minuten köcheln lassen. Ich habe den Deckel noch draufgegeben, genau, damit das noch, also damit das ein bisschen schneller gart und die Flüssigkeit nicht komplett, also schnell aufgesogen wird, weil wenn der Deckel nicht drauf ist auf dem Topf, dann, ja, dauert das halt ein bisschen länger und die Flüssigkeit geht weg. Genau, also als Tipp, den Deckel drauf machen. Dann habe ich, als ich die Probe gemacht habe, also die waren dann idente, bis fest, da habe ich dann den ganzen Parmesan, die 150 Gramm, reingegeben, alles gut verrührt, nochmal und mit Salz und Pfeffer noch nachgewürzt. abgeschmeckt und genau hier auf den Teller gegeben. Ich würde mich sehr freuen, wenn das Rezept ausprobiert. Es ist wirklich richtig lecker und folgt mir gerne auf Instagram. Der Link ist in der Infobox und lasst mir sehr gerne hier ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.